Die 2. Bundesliga hat eine Vielzahl von geilen Mannschaften mit geilen Fans und wir bewerten heute mal die Stimmung in den einzelnen Stadien anhand einer Tierlist. Das bedeutet, wir haben die Noten 1 bis 5. Warum nicht 6? Relativ einfach, weil jeder hat eine Szene, jeder hat irgendwo Stimmung. Deswegen wäre die 6 für mich unpassend. Schreib deine Bewertung gerne mal unten in die Kommentare und abonniere natürlich gerne den Kanal, um auch kein Video mehr zu verpassen. Ganz wichtig vorab, das ist natürlich nur meine Meinung und meine Erfahrung, weil ich war in jedem dieser Stadien. Und meistens bin ich halt im Gästeblock. Das bedeutet, ich habe immer nur einzelne Spiele gesehen. Das muss man nicht verallgemeinern. Das kann manchmal auch anders sein. Deswegen bin ich auch mal sehr gespannt, was du sagst. Wir machen das einfach mal mit der Tabelle. Wir fangen bei Platz 1 an und gehen dann auf 18, dann auf 2, dann auf 17. Und deswegen fangen wir mit Holstein Kiel an. Und Holstein Kiel, muss ich ehrlicherweise sagen, bekommt bei mir eine 4. Rutscht also in diese 4er-Kategorie, weil ehrlicherweise viel hast du nicht gehört. Einen Gästeblock hast du wenig gehört. Das liegt aber ehrlicherweise auch am Holstein Stadion. Die Architektur ist da nicht wirklich optimal. Deswegen hört man auch selbst den Gästeblock dann im Heimbereich wohl relativ wenig. Deswegen kommt aber einfach auch nicht viel rüber an Stimmung, an Emotionen. Deswegen kann ich die auch nicht weiter oben ranken. Man muss sagen, die haben bestimmt eine ganz gute Stimmung und auch auswärts machen die ganz gut Rambazamba. Ja, insbesondere wenn man bedenkt, dass die häufig sehr weit reisen müssen, aber heim, da kommt halt nichts rüber. Deswegen in meinem Video hier im Ranking mit der Note 4. Als nächstes haben wir den VfL Osnabrück. Und gut, ich wäre jetzt am liebsten schon wieder da gewesen. Das sollte wohl nicht sein. Man muss sagen, die haben natürlich ein relativ kleines Stadion, die Bremerbrücke. Aber das passen wir natürlich immer an, weil klar, ein Stadion mit 50.000 Leuten ist erstmal lauter. Aber die Kleinen können ja auf die Menge nochmal richtig Gas geben und besser sein als die 50.000 Zuschauer. Dementsprechend Bremerbrücke ist schon sehr gut, ist sehr nice, macht richtig Laune. Gibt allerdings ehrlicherweise auch noch Möglichkeiten nach oben, auch auf den verschiedenen Kurven noch, wo dann weniger Stimmung gemacht wird. Bei mir war ich so gespalten. Ich wollte die so zwischen der Note 2 und Note 3 stecken. Ich habe sie jetzt hier in dem Video bei einer 3 stehen. Eigentlich mit so einer 3+, so eine Tendenz nach oben. Aber im Zweierbereich gibt es dann doch nochmal Fans, die einfach noch ein Stück besser sind. Deswegen hier Note 3. Als nächstes haben wir St. Pauli und bei denen war es für mich relativ einfach, weil bei denen stimmt das Gesamtpaket. Da hat das Stadion schon an sich eine Aura, aber das bewerte ich hier nicht. Aber die Fans machen auch richtig was. Die sind nämlich richtig geil. Wenn ich allein an den Einlauf der Spieler denke, dann ist das fantastisch. St. Pauli bockt einfach von der ersten Sekunde an. Die Fans geben alles, geben Vollgas. Und ich muss hier gar nicht lange um den heißen Brei drumherum reden. Geht für mich ganz nach oben. Note 1. Mega. Man muss mit dem Verein nicht übereinstimmen. Da gibt es viele Dinge, die ich auch komisch finde bei manchen Vereinen. Aber das möchte ich hier gar nicht bewerten. Das ist hierbei ganz egal. Aber von der Stimmung alleine her für mich definitiv ganz nach oben. Note 1. Dann kommen wir zu Hansa Rostock. Passend zu St. Pauli. Hansa Rostock. Die sind sich nicht ganz so grüne. Und hier muss ich das gleiche sagen. Ostseestadion. Hansa-Fans. Das ist genial. Es geht nicht viel besser in der 2. Liga. Das ist ebenfalls komplett ganz oben. Note 1. Die machen von der ersten Sekunde an Stimmung. Auch hier gibt es wieder einzelne Fans. Möchte ich gar nicht bewerten. Möchte machen aber wirklich dauerhaft geile Stimmung. Die geben Vollgas. Da kriegst du Gänsehaut ohne Ende. Das ist der Wahnsinn, was da abgeht. Und vor allen Dingen auch nicht nur in einzelnen Blöcken, wie in vielen anderen Stadien, sondern über das ganze Ostseestadion verteilt, geben die Leute einfach Vollgas. Und versuche 90 Minuten lang, selbst wenn Hansa Rostock mal wieder, wie in dieser Saison so häufig, richtig schlecht spielt, alles zu geben, um die Jungs nach vorne zu peitschen. Für mich ohne Probleme irgendwie hier einzuranken. Definitiv ganz nach oben. Note 1. Als nächstes haben wir Fortuna Düsseldorf. Und man muss sagen, die haben einen stabilen Kern, die richtig Gas geben, was richtig gut ist. Aber dessen Stadion ist halt häufig, naja, vielleicht drei Viertel ausverkauft, wenn überhaupt. Manchmal fehlt auch eine gesamte Seite, wo alles leer ist. Und das wirkt sich halt negativ auf die Stimmung aus. Weil wenn du auf der anderen Seite bist, dann kommt dann kaum was rüber, beziehungsweise nur sehr wenig. Wenn dann mal ein Topspiel ansteht, zum Beispiel Schalke, zum Beispiel der HSV oder manche andere. Und das Ding ist voll fantastisch. Bei Fortuna für alle macht das deutlich mehr Bock. Das ist aber nun mal nicht immer gegeben. Ich war ja zum Beispiel auch gegen Wien-Wiesbaden da. Eieiei, da war die Stimmung jetzt ehrlicherweise. Wenn man auf der anderen Seite war, nicht ganz so geil. Dementsprechend reicht es halt nicht für Platz 2, beziehungsweise für Note 2. Hier in meinem Fall deswegen Note Nummer 3. Mit Tendenz nach oben. Ich bin sehr gespannt, wenn man aufsteigt, ob man es dann vielleicht schafft, mehr Zuschauer noch zu bekommen. Weil dann ist das durchaus auch noch nach oben mit Zug. Man könnte dann durchaus auch auf Note 2 kommen. Das Potenzial hat man im Stadion einfach. Als nächstes kommt Wien-Wiesbaden und ich muss ehrlicherweise sagen, oi, 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 da ist nicht viel. Also ich war jetzt diese Saison halt auch das erste Mal da und vielleicht ist es nicht immer so, aber ich weiß, dass gefühlt drei Viertel des Stadions Schalke-Fans waren. Die Britte Arena an sich, naja, okay. Aber von den Wiesbaden-Fans habe ich kaum was gehört. Also wirklich gar nichts. Für mich ehrlicherweise ist das hier eine 5. Wirklich, es tut mir total leid. Das ist ein cooler Verein. Ich finde die auch irgendwie sympathisch. Ich habe auch ein paar Wiesbaden-Zuschauer. Die tun mir auch total leid, was in der letzten Zeit abgeht. Weil das sah so aus, als wenn die echt sicher wären. Und mittlerweile ist man Platz 16 und es läuft gar nicht mehr. Aber was das Fantechnische angeht, das, was ich bis jetzt erlebt habe, war leider nichts. Da kann sich natürlich noch was entwickeln. Du hast eine hohe Konkurrenz in der Umgebung mit Frankfurt, mit Mainz und anderen Vereinen. Aber da tut sich halt vielleicht dann in Zukunft noch was. Momentan aber ehrlicherweise für mich noch die Note 5. Als nächstes haben wir den HSV und das Volksparkstadion mit diesen geilen Fans gehört natürlich auch nach ganz oben. Ist ganz klar, Note 1 für mich auch hier. Ich erinnere mich so gerne zurück an das ein oder andere Spiel, wo ich schon dort war. Ob mit Schalke-Beteiligung oder ohne. Die Stimmung dort ist einfach fantastisch. Die sind jetzt so viele Jahre mittlerweile in Liga 2. Und trotzdem ist alle zwei Wochen das Ding ausverkauft mit 57.000 Zuschauern. Und die Leute geben alles. Die geben alles, um den HSV dann doch am Ende wieder irgendwo scheitern zu sehen. Es tut mir so leid. Die gehören in die erste Liga mit dieser Stimmung. Das ist phänomenal, was die dort abreißen. Und dann jedes Mal wieder bekommen sie irgendwie auf den Dates und schaffen es dann doch nicht. Und trotzdem sind sie eine Woche oder zwei später wieder eh da und geben wieder alles für den Verein. Deswegen hier definitiv Note 1. Als nächstes haben wir Braunschweig. Und da muss ich sagen, das Eintracht-Stadion ist schon sehr cool. Das Ding ist jedoch, wir haben die eine Kurve, die richtig gut mitmacht. Und das ist auch mega nice. Das macht auch richtig Bock. Da ist auch richtig Stimmung hinter. Allerdings, was dort sehr stark abflacht, ist der Rest des Stadions. Weil da kommt bis auf sehr wenige Ausnahmen, sehr wenig bis fast gar nichts, ehrlicherweise. Was das Ganze dann ein bisschen abschwächt. Weil ansonsten könnte das Eintracht-Stadion mit der Stimmung ein richtiger Hexenkessel sein, wo alles gehen kann. Weil das hat man auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass dort auch insbesondere im DFB-Pokal der ein oder andere große mal richtig Probleme bekommt. Deswegen muss ich es aber hier bei Note 3 einsetzen. Weil nach oben wäre es einfach unfair. Da gibt es andere Mannschaften. Nach unten auf gar keinen Fall Note 3 für Eintracht Braunschweig. Als nächstes haben wir den KSC. Und da sind wir natürlich im BBB-Bank Wildpark. Und der KSC hat einfach nur fantastische Fans. Echt. Also auch im neuen Stadion. Die nutzen das so, so gut. Und da ist es auch so, dass auf den neutralen Bereichen, in den neutralen Blöcken der Support richtig gut ist. Für mich persönlich muss ich ehrlicherweise sagen, reicht es nicht für Note 1. Da sind andere Mannschaften doch etwas besser. Wenn ich das zum Beispiel eben mit St. Pauli, mit Hansa Rostock vergleiche. Da ist die Nummer doch noch ein bisschen besser bei den genannten Mannschaften. Aber für mich hier definitiv Note 2. Und das auch mit Zug nach oben. Da könnte noch was gehen. Da kann noch ein bisschen mehr gehen. Aber der Support von Karlsruher Heim ist einfach nur fantastisch. Und wirklich jedes Mal wieder eine Reise wert. Als nächstes kommt Kaiserslautern. Und für Kaiserslautern gilt eigentlich genau das gleiche wie für Karlsruher. Nach oben reicht es nicht ganz. Der Betzenberg mit den Fans, mit dem Support ist genial. Aber auch hier muss man sagen, das ist ein bisschen schwankend. Das ist auch nicht bei jedem Spiel. Klar, das ist bei jeder Mannschaft irgendwo, dass da noch ein bisschen Unterschied drin ist. Aber am Betzenberg hat man schon ein kleines Gefälle. Wenn ich jetzt erinnere zum Beispiel an das DFB-Pokal-Spiel gegen Nürnberg, wo ich vor Ort war. Das war mega. Dann auf der anderen Seite, wo ich auch mit Schalke da war. Das war auch fantastisch. Ich habe aber auch schon Spiele erlebt. Da war es natürlich etwas abgeflachter. Ist normal, wenn du ein Zweitligaspiel hast, wo du eventuell einfach um drei Punkte in Anführungszeichen nur spielst. Dann ist das nicht so krass wie bei anderen besonderen Spielen. Aber der Support von Kaiserslautern ist immer noch weltklasse. Der ist immer noch fantastisch. Der Support macht richtig Bock. Für mich hier reicht es nicht für Note 1. Aber auch hier rutsche ich in Note 2. Und zwar auch ganz sicher. Also nach unten geht gar nichts. Nach oben könnte eine Theorie mehr gehen. Ich hoffe sehr einfach, dass man in der Liga bleibt. Als nächstes habe ich Hannover 96. Und das ist eigentlich ehrlicherweise nicht so geil. Also ich muss ehrlicherweise gestehen, das finde ich nicht so doll. Man hat ein geiles Stadion. Die Heinz-von-Heiden-Arena ist fantastisch. Das ist ein so, so schönes Stadion. Aber ich habe das Gefühl, man wird sich nicht so wirklich einig. Soll der Oberrang mehr Stimmung machen? Soll der Unterrang mehr Stimmung machen? Wer macht jetzt was? Auf den neutralen Blöcken passiert gar nichts. Also wirklich mit ganz wenig Ausnahmen passiert da quasi gar nichts. Da ist nichts los. Dann hat man das Problem, dass gefühlt jede Mannschaft, die ein paar Fans mehr mitbringt, gefühlt die halbe Seite dann als Gästeblock nutzt, mit Ausnahme des Familienbereiches vielleicht noch. Was halt auch für eine Heimmannschaft dann nicht ganz so optimal ist, um da komplett ihre Wucht zu entfalten. Und dann ist der Support halt auch nur so semi. Und wenn dann eben mal keine besondere Mannschaft kommt, dann ist auch gefühlt der halbe neutrale Bereich komplett leer. Also da siehst du dann so viele freie Plätze oben und unten. Ich bin ganz ehrlich, ich tue mich hier schwer. Ich hatte überlegt, das noch in die 3 zu packen, aber ich fände es zum Beispiel tatsächlich gegenüber Düsseldorf und aber auch gegenüber Osnabrück und Braunschweig fast ein bisschen unfair. Weil das ist schon nochmal eine andere Nummer, auch im Vergleich dann so. Deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, bekommen die hier in Note 4. Da würde so viel mehr gehen. Und da gefühlt, also gefühlt ist da auch früher deutlich mehr gegangen, aber momentan nicht so wirklich geil ehrlicherweise Note 4 bei mir. Als nächstes kommt der Klub, der 1. FC Nürnberg und hier ist es etwas schwierig, weil wir haben Blöcke, die sind einfach cool. Die machen richtig gute Stimmung, die supporten den Klub, auch wenn er mal wieder richtig schlecht spielt, wie momentan, wo es so gar nicht läuft. Das Max-Morlock-Stadion ist aber wahrscheinlich einfach etwas zu groß, ehrlicherweise. Klar, es gibt gewisse Spiele, die sind dann auch ausverkauft, aber wenn dann zum Beispiel Elversberg kommt oder sowas, dann sind dann gefühlt 30.000 Zuschauer da. Bei über 50.000 Kapazität fällt das halt einfach auf. Das ist halt leider so. Klar, du siehst das im Fernsehen weniger, weil die Blöcke dann hinter der Kamera sind, aber du weißt es halt im Zweifel und du hörst es auch an der Stimmung. Wenn Schalke zum Beispiel, wie wir dann immer kommen, dann ist das Ding natürlich ausverkauft. Ist logisch, weil Fanfreundschaft ist was Besonderes. Häufig geile Aktionen, die dann die aktive Fanszene auch noch veranstalten. Dementsprechend schwierig zu bewerten. Für mich, boah, ich weiß nicht, ob ich es auf die 3 packen kann oder eigentlich auf die 4 setzen muss. Weil ich sehe da eindeutig Blöcke, die wirklich alles geben. Aber insbesondere, wenn man es im Gesamtvergleich sieht, also über eine gesamte Bundesliga-Saison, ist es eigentlich eher eine 4. Deswegen, ja, du musst es wahrscheinlich in die 4 setzen, auch im Vergleich zum Beispiel zu Osnabrück oder Braunschweig. Ja, setzen wir Nürnberg in die 4, tue ich mich halt ein bisschen schwer mit, ehrlicherweise. Kommen wir zur Spielvereinigung Fürth und ach, da geht auch nicht so wirklich viel, ehrlicherweise. Also, also, bei Fürth geht nicht wirklich viel, also, die werden halt auch regelmäßig von Gästefans so gefühlt eingenommen. Das Stadion bietet sich da auch nicht an. Die Konstruktionen sorgen auch nicht dafür, dass der Sound auch mal so richtig rauskommt. Das verschallt gefühlt überall, da kommt nichts an. Das ist halt nicht cool. Das muss ich sagen, das erinnert mich dann halt so ein bisschen an Wiesbaden, auch wenn man halt eine Mannschaft ist. Man hat die meisten Punkte, glaube ich, aller Zeiten in der 2. Liga, aber da kommt nicht so wirklich viel. Ich meine, da fehlt mir irgendwas. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es fehlt mir auf jeden Fall. Deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, gehe ich hier, ja, auf tatsächlich Note 5. Kommen wir als nächstes zum FC Schalke 04 und eigentlich kann ich hier nicht viel zu sagen, weil ich bin halt Schalke-Fan. Ich bin alle zwei Wochen in der Felddienst-Arena, ich bin seit Jahren da. Ich kann das nicht neutral irgendwie bewerten im Vergleich zu anderen. Für mich geht der Verein natürlich nach ganz oben auf die 1, ist logisch. Vielleicht sehen es Leute anders, weil man muss ehrlicherweise sagen, insbesondere in den neutralen Blöcken ist der Support manchmal etwas wenig. Das muss man ganz klar sagen, auf der Haupttribüne und der Gegentribüne ist manchmal etwas wenig geboten. Die Nordkurve ist natürlich fantastisch. Die Südtribüne, wo ich auch sitze, die macht auch häufig Stimmung, aber die beiden Gegentribünen, da fehlt halt manchmal so ein bisschen der Support. Ansonsten ist das schon geil. Also deswegen, ich bin da ein bisschen parteiisch, deswegen bei mir auf Note 1. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, ey, das ist dann doch vielleicht nur eine Note 2. Als nächstes kommt Paderborn und ehrlicherweise ist da auch nicht viel zu holen. Also Paderborn, ja, das ist halt ein kleines Stadion, was ja erstmal nicht schlimm ist. Wir sehen ja bei Osnabrück kleine Stadien, die könnten immer noch gut Stimmung machen, auch Braunschweig zum Beispiel, ja. Aber da ist nicht viel zu holen. Also man hat einen kleinen Kern im Stehplatzbereich, aber das war es dann auch. Ansonsten im neutralen Bereich ist überhaupt kein Support, also gefühlt bis auf steht auf, wenn ihr Paderborner seid oder sowas. Oder mal ein, zwei Anfeuerungsversuche, wenn man zum Beispiel ein Tor gemacht hat oder wirklich in der Drangphase ist. Da kommt sonst nichts. Da kommt einfach gar nichts, ehrlicherweise. Und dementsprechend kann ich es auch nie nicht übers Herz bringen, die irgendwie auf Note 4 zu setzen, sondern muss sie ganz nach unten in Note 5 setzen. Als nächstes kommt Magdeburg und das ist auch ganz einfach gefallen tatsächlich, weil da ist 90 Minuten lang Vollgas. Das ist mega. Egal ob Stehplatzbereich, ob neutrale Blöcke, egal wo, 90 Minuten lang wird der FCM supported. Und wie. Und wie, wirklich, riesen Respekt davor für mich, ganz einfach, natürlich ganz nach oben, Note 1. Die geben alles, egal wie es steht, egal wie schlecht momentan die Mannschaft mal wieder spielt. Und man muss ehrlicherweise sagen, die haben in dieser Saison ja auch das ein oder andere auf und ab erlebt. Tolle Spiele, richtig schlechte Spiele, aber die Fans waren definitiv nicht das Problem, denn die sind immer 90 Minuten lang da und deswegen auch hier in dem Ranking ganz nach oben. Kommen wir zur vorletzten Mannschaft und das ist die Hertha, Hertha BSC. Und da ist das größte Problem wahrscheinlich immer noch das Olympiastadion. So ehrlich muss man sein, denn die Stimmung an sich ist von der Hertha richtig gut. Die Ostkurve macht eine fantastische Stimmung. In diesem Riesentopf geht das nur häufig leider etwas unter und das ist das große Problem. Das ist einfach so ärgerlich, weil die Ostkurve, insbesondere wenn der Gegner dann auch noch ganz nice ist, macht richtig geile Stimmung. Das bockt total. Da kommt selbst in dieser Riesenschüssel im Gästeblock noch richtig gut was an. Klar ist auch nicht bei jedem Gegner. Und insbesondere fällt dann natürlich auch einfach auf, dass häufig viele Plätze frei sind. Ich meine, bei über 70.000 Zuschauern, die da reinpassen, ist das auch irgendwo logisch. Das wundert dann keinen, dass dann, wenn Elversberg kommt, nicht da über 70.000 Zuschauer auch da sind. Das wundert mich nicht, das wundert dich wahrscheinlich nicht. Das ist nun mal einfach so. Und dementsprechend kann es für mich hier nicht nach ganz oben gehen, weil dafür noch ein bisschen was fehlt. Aber Note 2, definitiv, die machen eine mega Stimmung. Hätte die Hertha ein kleineres Stadion, was auch mehr als sich auf Fußball geeignet ist, bedeutet ohne Tartanbahn, ohne alles, könnte das aber auch nach ganz oben gehen, je nachdem, wie sich dann die Stimmung entwickelt. Und zu guter Letzt kommen wir noch zum SV Elversberg. Und da ist es natürlich schwierig, weil die sind jetzt erstmal richtig stark aufgestiegen. Da entwickelt sich noch was. Man hat ein neues Stadion, beziehungsweise man baut es gerade um halt, die Ursfarm Arena. Und da ist halt alles im Umbau. Da ist nicht wirklich viel Stimmung, ehrlicherweise. Du hast ein paar im Stehplatzbereich die Stimmung machen, die neutralen Blöcke machen. Gar nichts. Da ist wirklich gar nichts. Und dementsprechend, ich brauche nicht lange drum herum reden. Das ist leider eine 5, das tut mir auch total leid, aber da ist nicht viel. Das kann sich aber noch entwickeln, das kann in den kommenden Jahren besser werden. Ich bin sehr gespannt, was sich da noch entwickelt, aber momentan ist das nicht viel. Jetzt bin ich aber gespannt auf deine Meinung. Schreib deinen Ranking gerne unten in die Kommentare. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.